Ich bin Lino und ich gewinne Kanga for Lone, weil ich Berlin repräsentiere. Let's go! Wir sind zurück mit dem nächsten Baller der Creator Edition und ihr kennt Lino bereits. Wenn ihr hier gut aufgepasst habt oder ihm sowieso schon folgt, Lino NBA, redet auch über die NBA, ist natürlich Creator für euch. Und Lino, muss ich sagen, kommt ganz stabil daher. Ich war ja auch schon mal mit ihm in der Halle. Das sieht schon ganz gut aus, was du da auf dem Feld machst. Wie würdest du dich selber so einschätzen, wenn du jetzt die ein oder anderen auch schon mal vielleicht auf Social Media gesehen hast oder so? Wie sind deine Erwartungen? Erstmal habe ich auf jeden Fall Bock, hier richtig Spaß zu haben. Meine Spielweise würde ich so als defensiv stark und was die Offense angeht gerne Crossover, gerne ein paar coole Layups oder sowas würde ich so bezeichnen. Und ja, im Vergleich zu den anderen kann ich es nicht so wirklich einschätzen, aber die anderen haben auf jeden Fall auch Game. Insofern habe ich richtig Bock. Richtig nice. Wir gucken kurz auf deine Player Card. Du bist auf jeden Fall mittendrin, sowas was die Größe angeht, was das Alter angeht. Gut in shape auch. Du hast Oberliga gespielt oder spielst gerade Oberliga. Und dein Crossover, du hast es schon erwähnt, ist so dein Go-To-Move. Was ist es für ein Crossover? Ist es so ein Iverson-Crossover-Tief? Ist es der Push-Cross oben? Mit was für einem Crossover wirst du uns und die Leute zu Hause beglücken? Ja, da bin ich ehrlich. Da versuche ich natürlich ein bisschen zu variieren. Der Iverson-Cross macht natürlich immer Bock. In-N-Out-Cross. Auch mal vielleicht ein Spin-Move einbauen. Also ich versuche da halbwegs vielseitig zu sein. Und einfach Spaß dran zu haben. Du warst ja auch schon mal im Atelier, aber noch nicht Full-Court, sondern wir haben ein bisschen geshootet. Einfach ein bisschen Spaß gehabt. Was erwartest du so? Und vielleicht hast du in den letzten Editionen mal reingeschaut, wie die Spieler rangegangen sind. Wie ist so deine Taktik und deine Herangehensweise? Vor allem bei diesem besonderen Setup. Kleiner Full-Court, die beiden Körbe haben nicht viel Platz links und rechts. Wie gehst du damit um? Ja, ich habe mich auf jeden Fall darauf eingestellt, dass es intensiv wird. Dass es schon ein Up-and-Down wird, auch wenn der Court jetzt nicht so riesig ist. Aber dann muss ich auch zusehen, die anderen sind schon relativ körperlich unterwegs. Haben auch ein paar Kilo auf der Waage. Insofern vielleicht die Schnelligkeit ausspielen und in der Defense mit den Händen aktiv sein. Vielleicht da mal einen Stil erwischen. Insofern, ja, so würde ich das angehen. Was ich auch noch jeden frage, ist über das Sneaker-Game. Viele von den Content-Creatoren bringen natürlich besondere Schuhe mit oder haben einen Schrank voller besonderer Sneaker. Mit welchen Performance-Sneakern gehst du, wenn du in der Halle bist? Und welche hast du heute an? Ich habe tatsächlich auch die Dame Force an. Jetzt schon seit ein paar Jahren und mit denen fahre ich definitiv gut. Die habe ich sowohl während meiner Spiele an, als auch jetzt heute. Insofern hoffe ich, dass sie guten Grip liefern und mich gut performen lassen. Ja, man hört die Sohlen schon quietschen, auch im Hintergrund. Der Grip ist auf jeden Fall da. Freut euch auf Lino und wir sind gespannt, was die Auslösung gibt für dich in der ersten Runde. Wir wissen es noch nicht. Ihr wisst es auch bald in ein paar Tagen. Und jetzt geht es bald los, Freunde. Wir wissen es auch bald in der ersten Runde. Nein, wir wissen es auch bald. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020